Herzlich willkommen im Lichthof des Museums für Kommunikation in Berlin. In diesem Jahr feiern wir unseren 150. Geburtstag. Gemeinsam mit den Museen in Frankfurt am Main und in Nürnberg gehören wir zur Museumsstiftung Post- und Telekommunikation. Wir freuen uns Teil des Verbundprojekts Museum 4.0 zu sein. Gemeinsam mit unserem Partner, den Staatlichen Museen zu Berlins Stiftung Preußischer Kulturbesitz, stellen wir uns in unserem Teilprojekt folgende Fragen. Wie können wir digitale Anwendungen für die Vermittlung unserer Sammlungen nutzen? Wie kann eine für Sammlungen von Kunstmuseen entwickelte Web-App für technik-historische Museen angepasst und erweitert werden? Welche Erfahrung machen Sie, die Besuchenden, damit? Die Digitalisierung gibt Museen die Möglichkeit, ihre Sammlungsobjekte auch im virtuellen Raum zu präsentieren. Besuchende können sich neben dem Original detaillierter mit den Objekten vertraut machen. Komplexe Exponate und deren technische Funktionsweise werden digital sichtbar und erfahrbar. Das deutschlandweite Verbundprojekt Museum 4.0 begleitet Museen seit 2017 auf ihrem Weg in diese digitale Transformation. Dabei werden digitale Anwendungen entworfen, programmiert und getestet, die neue Möglichkeiten der Wissensvermittlung und der Teilhabe bieten. Wir befinden uns fest in der Mitte vom Museum. Wir entwickeln eine progressive Web-App, die Besuchenden anhand ausgewählter Exponate wichtige Aspekte der Kommunikationsgeschichte schlaglichtartig näher bringt. Mit Hilfe von 3D-Scans, Modellierungen, Animationen und begleitendem Storytelling können wir die Objekte digital um viele Ebenen vertieft vermitteln. Um Kuratorinnen und Kuratoren und Vermittlerinnen und Vermittlern den einfachen Umgang mit digitalen Tools zu ermöglichen, entwickeln wir gemeinsam ein einfach bedienbares Content-Management-System. Generalpostdirektor Heine Stephan verfügte am 24. August 1872 die Anlage einer postgeschichtlichen Sammlung eines Technischen Museums. Daraus entstand 1995 die Museumsstiftung Post- und Telekommunikation. Und heute sind wir nach 150 Jahren die größte und reichhaltigste Sammlung zur Geschichte der Kommunikation. Mit diesem kleinen Einblick in unsere digitale Sammlungsarbeit im Rahmen unseres Teilprojekts bei Museum 4.0 verabschiede ich mich und sage, wir freuen uns auf Ihren Besuch. Bei uns hier in den Museen für Kommunikation oder auch digital auf unserer Webseite. Musik